Was? Nein, dann laufe. Ach, leck mich da. Hallo, bist du jetzt mal da hoch? Danke. Junge, Junge. Geil, geil, einfach nur geil. Maximal scheiße spielst du. Ja, komm, ey. Alter, was für eine Dreckszeit. Okay. Vielleicht jetzt mal nicht maximal scheiße spielen. Okay. 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 Mal scheiße spielen. Ja, spiel ich erstmal maximal scheiße. Okay. 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 Nein! Ich will noch gucken, wie ich die Streams beende. Wie ist das bei Twitch? Muss man den noch beenden oder läuft das automatisch? Ich hab doch gedrückt! Ich glaube nicht, dass das reicht, wenn ich auf OPS bin. Ich will noch ein bisschen beenden. Nein! Komm, ey! F*** dich! Ja, wow! Die A-Taste geht auch langsam in den Geist auf. Das ist auch schon wieder zu langsam, weil ich am Anfang schon wieder zu früh gesprungen bin. Reicht für heute. Nein, nein, das wollte ich nicht. Play Mode, wo waren das? Einen Moment, was? So kann ich jetzt keine Modes spielen. Bin ich jetzt blöd? Ne, da bin ich schon nicht. Ich bin grad blöd, oder? Ja, egal. Könnte man Player Levels machen? Player Level? Äh. Easy Mode. Ja, ich weiß, wenn das Spiel spielt. Oh Gott, oh Gott. Easy Mode vor allem. Wie sieht dann der Hard Mode aus? Er hat er. Ah. Ne. Äh. Ja. Ne. Unser Antario. Ne. 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 Ne, ne. 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 Oh, jetzt ist da was geschwunden oder bin ich mir nur ein? Och, ich muss es mir wieder anschauen. Wow. Oh Gott, das ist glaube ich eine längere Sache. Das heißt Level, das sieht mir aus wie ein komplettes Spiel. Äh, natürlich ist das Herz ein Todesfall. Okay, das spiele ich jetzt nicht. Funktioniert ob ich denn levelet oder ob ich denn schon... Äh. Und wie pflanze ich Teils? Gute Frage. Frage vom Baum. Da ist nicht meine Maus. Das Ding ist so ganz woanders, wo meine Maus ist. Oh, okay. Jetzt kann ich mein Gamepad nicht mehr benutzen. Sehr gut. Darf ich jetzt wieder? Danke. Äh. Big Map. Gibt es ja auch einfach nur ein einfaches Level. Oh Gott. Was ist die Kreise, Mario? Und hier eine Karte? Ja, aber die sieht machbar aus. Äh. Oh Gott. Solche Spiele rein, ja? Ich seh schon, da hat jemand richtig Spaß. Oh Gott. Wow. Ich kann ja auch irgendwann nochmal spielen. Ich kann mir ein bisschen Optimierung, aber das geht nicht. Betreiben. Oh Gott, oh Gott. Nein, das werde ich nicht speeden. Nein, das werde ich nicht speeden. Ach, komm schon. Junge. Ach, Alter. Wer konstruiert so eine Scheiße? Ich seh ja nicht mal, wo ich hinspringen spiele. Warum mir diese Karte erstellt, hat er richtig gut mitgedacht. Nein, diese Kästen bringen mich durcheinander. Warum sind die da? Vor allem nur verwirren. Warum komm ich da unten dründet? Nicht vielleicht. Komm ich da nicht durch. Komm ich da nicht. deutsch. Mostly. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Problem ist, dass ich nicht mal weiß, wo ich hier durch soll Diese Kästen sind keine Orientierungshilfe Ach komm Und das Problem ist, dass es viel zu nah an der Kante gebaut ist Oh Gott Das weiß man beim ersten Mal natürlich Ah, natürlich Tschüss die Scheiße in der Mitte Wow Wow, wie dumm ist das Ding gemacht Hey, jetzt kann ich Die auch noch alle machen Okay, das geht noch Und jetzt Ah, okay Ne, lasst du Was Ich bin verwirrt Wie soll ich das denn machen Hey Was Was Okay Keine Ahnung Achso, ich weiß, was ich hier Musste irgendwo für oben runter kommen Ich weiß, was ich hier Wow Ja gut Nein ich mache ohne Trink jetzt Es reicht auch für heute Es ist genug Wiedersehen bis zum nächsten Mal